Ja, also wenn die Kinder tatsächlich damit was zu tun haben, dann wäre das ja eine mega Nummer. Ich gehe davon aus, dass sie es, wenn überhaupt, gerollt haben, wenn sie das überhaupt auf die Reihe bekommen, weil ich traue meinen Kindern relativ wenig zu. So, jetzt läuft es wieder. Was machst du denn, der Eis? Machen wir jetzt den Popcorn. Oh, Gold! Genau. Gold! Was ist das denn? Sonst gibt es auch Gold. Kann man Salon machen, muss man nicht suchen. Super. Läuft, guck hier, Gold. Wahnsinnig. Das ist nur Passionsbruchtsaft. Na, passt auf, das klebt auf der Zunge. Das ist ja, das ist ja mal ein Hammer. Sieht aus wie, also eigentlich sieht es aus wie Rührei. Nein, genau. Aber isst keins. Guter Appetit. Sieht aus wie Rührei. Guck da, Davina. Oh. Das ist ja süß. Danke, wow. Ja. Ja, also wir sind natürlich mega froh, dass wir jetzt hier sind und wir haben megamäßig gegessen hier in dieser Atmosphäre. Unvorstellbar. Meine Kinder haben ja wahrscheinlich nichts dazu gelernt, aber das macht nichts. Das haben sie die letzten 20 Jahre in der Schule versucht. Hat auch nicht funktioniert. Zu lange war es noch nicht. Egal. Also wenn die Kinder damit zu tun. Die Haare müssen wir sofort. Ja, man muss das hier ein bisschen zu haben. Ja, ne? Nee, du hast so viele Haare auf der Ecke, aber die ist schön, die Jacke, wo ist das hier? Guck mal, mhm, lila. Sehr schön. Keine normale Pazitale. Du hast hier was. Hattest du nur ein Bart, ich hab gedacht, das wäre gut. Ja, dann... Ja, dann... Ich muss mal gucken, ob die Brille gerade ist. Die muss wieder nach vorne. So. Gib deinen O-Ton. Ja, also wenn die Kinder... Ja, also wenn die Kinder... Ja, also wenn die Kinder...